Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meinem... Ich spiele einfach mal. Ne, nicht die AUG. Ne, das ist... Ah, Mann, das ist so ne schwere Scheiße. Ich nehm die... AN-94. Setup ist so in Ordnung, die Pistole... Gehen wir rein ins Vergnügen. Und hier steht auch schon direkt ein Quad für mich bereit. Ihr Leute fährt mit dem Panzer los. Der Bildschirm flimmert mal wieder. Ich check ihn mir aus, bevor ich in die Luft fliege. Wir haben schon bei A gesettet, dann hole ich mir mal direkt B. Das ging mir zu schnell. Dann wäre ich mir eher ins Spiel eingetreten. Wir halten übelst viel aus, muss ich schon sagen. So, ich hab immerhin geholfen. Erstmal hier einen kleinen Übersicht erschaffen. Na, Gott. Ich gehöre zu euch, Jungs. Ihr müsst hier nicht hinschießen. Die Entfernungskämpfe versuche ich gar nicht gut. Einmal alles erstmal wieder ausstocken, was man hier hat. Der hat sieben Wurf. Äh... Wurf. Gut. Medic. Medic, bitte. Ach, die liegt schon. Schade. Sonst bin ich immer derjenige, der liegt. Du bist kein Medic, verdammt nochmal! Hoho. Critical Kill Assist. Bitch. Warte mal. Warte. Oh, fuck! Die Scheiß hat mich mit ein paar Schüssen umgehauen. Also wenn du sinnlose Zoomgeballer brauchst, dann ist die gut dafür geeignet. Laufen wir mal in einen kleinen Squat hier lang. Schnellere Sprinten. Härtere Patronen. Und... Hab das Gefühl, hier ist gleich schon irgendeiner am Campen. Ich hab's doch gesagt. Ah, siehste, er campt. Hurensohn. So. Ich kenn seine Mutter nicht beleidigt haben. Ja, ich kenn seine Mutter nicht. Na, toll. Der Kollege hier. Komm. Wenn du hier rumkämpfst, dann hol dir zumindest ein paar Patronen, damit ich Punkte kriege. So. Friss kacke, Junge. Wenn du da noch sitzt. Gut, Stimmen kamen von rechts. Da kam eine Granate geflogen. Geile Scheiße. Hey, du da. Na, Gott. Na, der zweite bei uns ist definitiv ein Sniper. Das ist der. Das ist mein Spot. So, hier hast du Muni. Keine Ahnung, was du auf den niedrigen Entfernungen da machen würdest. Hier hol ich mal ein bisschen Sichtschutz. Gott, ich krieg ja gar nichts mehr an Quids. Das ist so mies. Ich lauf mal los. Müsst ihr jetzt kommen direkt. Bitte. Puh. So, jetzt will ich aber auch mal ne Bombe legen. Dieie. Ja, das ist rein. Ja, die Aufer 000 kommt. Das ist rein. Na, das ist rein. Ja, das ist ein Leicester. Das ist der Leicester. Das ist rein. Da, der hat den Skin, den ich jetzt habe. Ja, das waren schon mal Punkte für mich. Ich laufe über außen rum. Geile Scheiße, Mann! Gut, laufe ich da jetzt. Ach Gott! 5 zu 5, ja toll, leck mich doch. Und der Platz ist auch nur bescheiden. Das gibt es doch nicht, ich habe den oft genug angeschossen. Ok, nehme ich doch immer die hier. Und auf jeden Fall ein Schalldämpfer drauf. Hört sich zumindest so an, die Waffe. Comet Knife? Ich bin superig, ich bin superig, ja toll. Jetzt noch ein Schalldämpfer. Das ist auch der Schalldämpfer. Und hier ist ein Schalldämpfer. Ich bin sehr sicher. Und da ist die Schalldämpfer. Die Schalldämpfer ist, das ist. Vielen Dank.